Die Adler-Strategie von Markus Ries richtet sich an Macher aus Marketing und Vertrieb und ist seit seiner Deutschland-Tournee im Sommer 2007 durch die Fußball-WM-Stadien in aller Munde. Wie kein anderer hat er sich damit unter den Top-Speakern in der deutschsprachigen Trainer- und Coaching-Szene einen Namen gemacht. Die Presse schreibt über den Top-Management-Coach Markus Ries Adlerthemen mit Gänsehaut-Garantie Exzellente Rhetorik, die mitreißt, aufkratzt und zum Handeln motiviert Einfach außergewöhnlich Seine Story, seine Strategie, sein Erfolg Ein ganz großer, mit neuem Erfolgswissen in der Trainerszene Absolut authentisch Markus Ries, ein Trainer, der lebt, was er sagt Unzählige Marktführer vieler Branchen Zählt der international tätige Marketing-Experte seit 15 Jahren zu seinem Kundenstamm Seine ganzheitlichen Strategien haben europaweit für beachtliches Aufsehen gesorgt Weil er unbrauchbare Theorien bloßstellt und brauchbare Alternativen präsentiert Er berät und entwickelt als Coach vertriebsorientierte Konzepte von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung Auf die Frage hin, was die Quintessenz der Adlerstrategie sei, antwortet Markus Ries Die Fähigkeit der Teilnehmer, mit neuesten Lehrmethoden eine überlegene Strategie zu entwickeln Mit der sie garantiert ins Handeln kommen und dadurch ihre Ziele erreichen Doch hören Sie Markus Ries jetzt selbst dazu Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Adlerstrategie Ich heiße Markus Ries und möchte Sie auf eine außergewöhnliche Reise einladen Auf Ihre großartige Reise ins Land der Adler Es gibt einige treffliche Zitate, die zwischen Adler und Huhn differenzieren Und meine Version dazu lautet Adler entscheiden selbst darüber, welche Beute sie jagen Hühner hingegen werden gefüttert Zunächst eine bedeutende Frage an Sie, liebe Zuhörer Sind Sie erfolgreich? Seit fast zwei Jahrzehnten beschäftige ich mich nun mit den Geheimnissen des Erfolges Und habe dazu bereits ein mittelprächtiges Vermögen Und ausgesprochen viel Zeit in meine Ausbildung gesteckt Oder anders gesagt Ich habe mich mit den großen Adlerfragen und deren Beantwortung auseinandergesetzt Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe, waren Was bitteschön sind das für Menschen Die beruflich und privat einfach schneller als andere alles erreichen, was sie wollen Die mit klaren Zielen und Visionen, selbstbewusstem Charisma auftreten Und allem voran mit exzellenter Sprachfähigkeit in der Lage sind, sich selbst als Marke zu positionieren Was sind das für Menschen, die Konzeptideen, beliebige Produkte und Leistungen widerstandslos verkaufen können Die eine Karrierestrategie haben, mit der sie andere überzeugen und begeistern Und zum guten Schluss Welche besonderen Menschen sind das, die finanziell völlig frei sind, weil sie weit über dem Durchschnitt für ihr Können entlohnt werden Diese Menschen gehören zu den 3% der Erfolgreichen Sie gehören zu den Adlern unter uns Adler sind echte Raritäten Sie jagen schnell und zielgenau ihre Beute Sie haben große Kraft, natürliche Autorität und Wissen zu begeistern Sie sind die Herrscher der Lüfte Mit einem Satz Adler sind anders als die gleichen Profitieren Sie mit dem Seminarprogramm der Adlerstrategie von den herausragenden Meisterstrategien und gewinnen Sie einen tiefen Einblick in die Grundsätze für ständigen Erfolg in Marketing und Vertrieb Sie stärken damit Ihre Erfolgsfaktoren für eine gewinnbringende Selbstvermarktung Zudem erweitern Sie Ihre Überzeugungs- und Begeisterungsfähigkeiten und profitieren von der außergewöhnlichen Adler-Methode der Selbst- und Fremdmotivation Das ist völlig neu und wird für Sie ausgesprochen spannend Dazu erhalten Sie das neuartige BigFish-Instrument um sich wirkungsvolle Ziele und Prioritäten zu setzen Sie lernen die Schlüsselmechanismen kennen für erfolgsintelligentes Handeln in Marketing und Vertrieb und entdecken dabei überdurchschnittliche Marketingstrategien zur Kundengewinnung und Bindung Dazu trainieren Sie einzigartig Ihre Sprachfähigkeit um souverän und überzeugend all Ihre Ideen zu verkaufen Sie lernen, wie Sie Change Management oder besser Veränderungsprozesse erfolgreich planen, gestalten und umsetzen Und auf der Zielgeraden erhalten Sie ein weiteres Adler-Highlight Sie entwickeln Ihren persönlichen Money Master Plan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit Hier werden Ihnen vor Aufregung die Hände schwitzen versprochen Stellen Sie sich doch bitte mal folgende Frage Wie oft waren Sie in Ihrem Leben bereits fasziniert? Von interessanten Gesprächen Von überzeugenden Fachartikeln Von Büchern Spannenden Dokumentationen Anregenden Vorträgen und Seminaren Sie waren sogar völlig inspiriert und haben dazu einen klaren Vorsatz getroffen Ich werde es tun Ich werde jetzt eine Veränderung einleiten Und dann bemerken Sie Wochen und Monate später dass Sie immer noch nicht den ersten Schritt gemacht haben und dann werden Sie nachdenklich Hierin besteht der Mythos des Misserfolges Wer tut, was er immer getan hat bekommt, was er schon immer bekommen hat Genau hier setzt die Adler-Strategie an und bringt Sie erfolgreich ins Handeln Ich lade Sie dazu ein Treten Sie aus der Masse heraus und werden Sie zum Gipfelstürmer und machen Sie fette Beute in Marketing und Vertrieb und auf den anderen wichtigen Bühnen Ihres Lebens Einen Videoausschnitt zu meiner neuen BigFish-Methode und weitere interessante Themen erleben Sie auf meiner Internetseite www.adler-strategie.de Was glauben Sie, geschieht bei Ihnen, wenn Sie in den entscheidenden Kategorien Ihres Lebens Zielklarheit erreichen? Ihr ganzes Leben, Ihr Job, Ihre Karriere, Ihr Vermögen, Ihre Beziehungen, selbst Ihre Gesundheit werden nachhaltig positive Veränderungen in Gang setzen Im Seminar erhalten Sie das Werkzeug dazu Nun aber viel Vergnügen beim Zielträumen Ihr Markus Ries Untertitelung des ZietzOW